Und da sind wir wieder mit den Sommertransfers. Mike Anzalo wechselt für 30,69 Millionen Euro von Quintal United zu 1. FC Lichtenhagen. Und auch der nächste Spieler knackt noch nicht die 40 Millionen Euro. Konstantin Timke wechselt von FC Klumpatsch für 33 Millionen zu VfL Chemnitz. Für 500.000 Euro mehr wechselt Julius Kubasek von Twin Clip United zu Rot-Weiß Alt-Klinike. Und RWA hat nicht nur einen Spieler geholt, sondern 2,34 Millionen Euro ist der 23-jährige Stürmer. Hier die Rot-Weißen wehrt. Couch Potato freut sich über das Geld. Thomas Hallenaar, der 26-Jährige, geht für 37 Millionen Euro von 1. FC Lichtenhagen zum VfL Chemnitz. Na, hoffentlich stärkt man da nicht die Konkurrenz. Sanderjon ist kein unbeschriebenes Blatt. Der 28-Jährige wechselt für 40 Millionen Euro von den Seefetaler-Jungs zu 1. FC Frohnhausen. Die schwarze Pumpe Ögermünde schlägt zu. Sebastian Hellner, ein Torwart für über 40 Millionen. FC Lokomotion freut sich hier über das Geld. Viele Erstligisten im Petto, auch die Galaktischen, holen sich einen Stürmer. 21 Jahre, 40 Millionen und 500.000 Euro von FC Snackdown 89. Und auch der nächste Spieler wechselt in die 1. Liga. Marvin Gavranovic, der 19-Jährige, vom FC Cologne zu den Elfen Legends. Von den Fans Basti gerufen, Sebastian Seidl, 20 Jahre, 43,5 Millionen Euro. UFC Achilles Sports freut sich und 1. FC Lichtenhagen auch. Eigentlich meinte der Papa, er soll mal Torhüter werden. Aber er hat sich lieber für OMST entschieden. 50 Millionen Euro, 1. FC Lichtenhagen zu VfL Chemnitz. Der Meister vollbringt Historisches. Der teuerste Transfer Nico Rieger, 17 Jahre OMST für 72 Millionen von Eintracht Höfst zur FC Eichhorn.